Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Karte Hamburg HafenCity und ich zeige euch heute eine neue Linie für das nächste kommende Linienupdate vom HafenCity Linienpack. Und zwar zeige ich heute euch die Metrobus Linie 2. Das ist eine reale Linie, aber dazu gleich. Aber nochmal vorher ein großes Dankeschön, Gedanke Knolli, dass ich euch das Ganze jetzt schon quasi wie so eine Art Preview zeigen darf. Und er hat ja die Linie erstellt und noch eine wichtige Info ist, es ist noch Beta-Version, das heißt, es ist noch nicht final. Bitte ebenfalls auch nicht in die Kommentare schreiben, wann kommt es raus, wann kommt es raus. Es wird demnächst rauskommen, ja und da kann ich euch dann auch nochmal Bescheid geben. Ja, wir fahren heute die Metrobus Linie 2 von Bahnhof Altona nach U&S Bahnhof Berliner Tor. Natürlich ist es so, dass es den Ort bzw. die Haltestelle U&S Bahnhof Berliner Tor in Hamburg HafenCity nicht gibt. Da ja die Karte leider nicht so groß ist. Eigentlich ist es schon recht ziemlich groß, aber den Abschnitt gibt es leider nicht. Deswegen werden wir nur den Teilabschnitt fahren, aber den realen Teilabschnitt. Das ist quasi von Bahnhof Altona zum Hauptbahnhof ZOB. Okay, ja, ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut unter Google Bilder, denn in der Realität fährt ja ein Gelenkbus auf der Metrobus Linie. Und da hatte ich unter Google Bilder auch ein Citaro entdeckt, habe ich mir gedacht, ach hey, nimmst du einfach mal ein Citaro. Und das machen wir heute auch und zwar fahren wir mit dem Mercedes-Benz U530G in der Morphe-Version und natürlich Euro 2 und ZF und passend natürlich sogar Hochbahn-Repaint. So, ja, hier hat sich ja einiges angestaut, jawohl, aber das Problem wird sich gleich beheben. Dann würde ich mal sagen, steigen wir mal ein und starten erstmal die Elektrik. So, ja, hier oben ist unser Fahrplan. Wir fahren quasi über den Fischmarkt, über Kaiserkai, Brandsvite und dann Richtung Hauptbahnhof ZOB. Ab ZOB machen wir so eine Art kleine Betriebsfahrt zum Überlegeplatz, um dort dann auch Pause zu machen. Ja, hier oben seht ihr auch schon das Ziel, U- und S-Bahnhof, Berliner Tor. Ähm, dann noch ein Hinweis, wenn das Line-Impact draußen ist, müsst ihr auch auf die Routen beachten, ne? Allgemein Readme beachten, ne? Das ist immer ganz wichtig, weil sonst kommen Fragen auf, die eigentlich sinnlos sind, nur weil man die Readme nicht gelesen hat, ne? Also von daher, wenn es später draußen ist, Readme lesen, dann wisst ihr auch viel mehr Bescheid. Auch zum Beispiel, wo die perfekte Haltestellenposition ist, ne? Das ist auch jetzt beim jetzigen Pact so, ne? Da hat man so ein Bild, dann weiß man, ah, da fährt die Linie ab und da fährt die Linie ab am Bahnhof Altona. Und dann wisst man Bescheid. So, ich würde mal sagen, wir rüsten weiter auf und starten den Motor. Ja, Vorratsdruck zu gering, das ist mir auch klar. Jetzt stellen wir mal ein bisschen weiter runter. Ja, äh, wir fahren heute ein O530G. Äh, das Ganze ist eine Mod. Mit einer, ähm, ja, mit so einem E-FAT-Drucker, nennt sich das, glaube ich, ne? Ja, ich kenne mich mit der Bezeichnung manchmal, ich bin ein E-Nit-Drucker, pardon, ich bin ein E-Nit-Drucker. Ja, ich bin nicht so einer, der sagt, oh, das ist der Drucker und das ist der Drucker. Ich bin eher so ein Bahnfreak, ne? Aber gut. Ähm, auch noch der wichtige Hinweis ist, ähm, erstens, das ist Privatbus. Bitte keine Download-Anfragen, ja? Gibt's nicht, ne? Weil Privat ist Privat. Und ich gebe keine privaten Sachen raus. So, ähm, dann noch die Info. Es kann sein, dass an einigen Haltestellen keine Ansagen kommt. Das ist nämlich das gute alte Problem, wo auch damals das DIN-Impact rauskam, dass bei einigen Fahrzeugen einige Haltestellen-Ansagen fehlen. Das ist so ein komisches Omsi-Ding. Das hatte mal der Joost behoben, der hatte mal so eine Alternative irgendwie hochgeladen mit Ansagen, wo die Namen umbenannt worden sind, damit alle Busse auch wirklich alle Ansagen ansagen können. Ja, von daher, äh, das ist halt, ist halt so ein komisches Ding, ne? Ich meine, früher war es noch so gewesen, da konntest du manchmal teilweise gar nicht richtig schildern. So schlimm war das. Und, äh, ja, das ist halt so ein Omsi-Ding. Was auch immer. Es ist immer, es ist immer komisch, ne? Ähm. Ja. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Oh, geil. Geil. Ja, Grüße gehen an die tollen Menschen über mir, die gerade am Bohren sind. Das ist sowas von unsympathisch. Äh. Äh. Ja, jetzt hat man einen Faden verloren und die fangen an zu bohren. Und das ist doch toll. So, also wie gesagt, bitte keine Download-Anfragen wegen dem Bus. Ich gebe den nicht weiter. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir stellen jetzt die Route ein und ich versuche öfters mal mein Mikro zu stummen, wenn sie wieder anfangen zu bohren, das ist halt sehr unsympathisch. So, Umlaufanmeldung. 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 Wir sind die Linie 2. und rute müsste die 1 sein ja linie 2 s bahnhof berliner tor gut dann machen wir noch die heizung an brauchen wir nämlich und wir sind soweit startklar ja wir sind startklar ja wir müssen unsere fahrerkarte noch einstecken so ok 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 kommt kommt ok 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 ja dann noch der wichtige hinweis jetzt habe ich den faden wieder gefunden es wird empfohlen das ist auch bei der jetzigen version so um die navigation zu nutzen ja weil es gibt keine hilfsweile und deswegen wird empfohlen mit um die navigation zu fahren das steht auch in der hübe stellt euch das vor halt von a nach b zu kommen für diejenigen die sie komplett in hamburg auskennen und keine hilfsweile brauchen oder navi ist kein problem aber für diejenigen die sich nicht so gut auskennen wird empfohlen um die navigation zu nutzen weil sonst kommt er startet ihr von a punkt und kommt nicht nach b punkt an sondern landen irgendwo in keine ahnung in irgend einer leeren karte überweist es ich kann das wirklich nur empfehlen holt es euch wenn ihr wirklich kein bbs habt kauft euch bbs da habt ihr noch mehrere möglichkeiten wie zb im single player könnt ihr ruhig das navi nutzen oder könnt dann auch im multiplayer in einen betrieb reingehen und für einen betrieb fahren gibt es alles auf steam kann ich nur empfehlen es gibt zwar jemanden der das total abzocken oder so ein kram findet aber der typ sagt hat echt null ahnung aber gut so gut dann haben wir soweit alles aufgerüstet moment noch licht an war geste sein aber sehen so ist auch am besten genau hier ist einiges los mein lieber scholli so wir haben 59 abfahrt das heißt wir fahren mal schon mal zur startheitestelle hin beziehungsweise ich machen hier nochmal zack zack eingabe gespeichert und unsere startheitestelle ist quasi da drüben und da werden wir uns jetzt auch hinbegeben drei vereinen und wir können los starten so verfrühung aha die klappe ja müssen wir noch mal zurückstellen weil das jetzt schon bei rathaus altona das sind wir noch nicht quittieren waren auf altona abfahrt a ja moin ja läuft so und da sind auch schon die fahrgäste die hier mit wollen oder wollen sie mit nein nach stellen wir gleich ein die wollen nicht mit machen wir 58 so kurz vor abfahrt ach da wird doch hallo hallo kinderfahrschein nach der scheiße 1 30 ja machen wir schnell auf diese weise kapitz muss ja wieder umdenken ich habe ja normalerweise ein anderes ticket weg drin naja ja ich nutze meistens ich habe mein eigenes ticket pack meistens ich nutze das berliner ticket pack habe es mir selber umbearbeitet und da habe ich meine eigene preise und eigene eigene fahrgaststimmen drin und muss erstmal wieder umdenken dass es wieder anders kostet und ach weiß der geiler so wir gehen aber auch funktionen wir wollen nämlich den nacht modus reinmachen weil ich mag den darken modus und gehen wieder zurück bahnhof altona abfahrt a genau sympathisch kann man sich gut unterhalten über diesen namen so ja gerade viel waren jetzt nicht mehr also bei meiner testfahrt sind einige mitgefahren gut kann vielleicht daran liegen dass auch ein manfred drin sitzt weiß es nicht ne würde ich auch am besten nicht einsteigen aber hey dann machen wir die türen zu und fahren ab ja das mit den geboren ich hoffe man konnte das nicht so laut hören wie ich es hören musste es sind halt blöde bauarbeiten oben drüber die machen die wohnung neu geplant war es nur bis Mitte november zauber Mitte Dezember heute ist der 15. bei mir und ja wann sie fertig werden das ist eine große frage aber naja so wollen wir mal nicht seit bahnhof rathaus altona wie gesagt das linienpack was demnächst dann rauskommt also da könnt ihr euch dann wirklich freuen über das update das macht das ganze hamburg fahren noch viel geiler und so wurde noch alles angepasst mit dem farbplänen und 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 ja also da könnt ihr euch freuen aber wie gesagt es steht noch nicht fest wann es kommt ja also denn nicht dauernd fragen ja was ich überhaupt nicht verstehe warum sind hier eigentlich wieso sind die eigentlich blätter an den bäumen es ist es winter wir haben den 15. 10. Dezember oder ja auch noch um sie stehe ich nicht eigentlich dürften keine blätter mehr dran sein eigentlich oder war es schon immer ein um sie so im winter dass die blätter noch an den bäumen hängen oder es ist nur auf der karte so das ist mir nie so richtig aufgefallen ich habe da auf nie geachtet eigentlich dürften hier keine blätter mehr hängen es sieht so herbst stimmung mäßig aus irgendwie fast herbst sogar weil teilweise noch grüne blätter dran sind ne also naja ja jetzt haben wir schon eine minute verspätung das liegt einfach an den hohen verkehrsaufkommen auf also daran liegt es halt ne an den hohen verkehrsaufkommen wenn zum beispiel staus oder so kommt es halt manchmal verspätung das ist aber auch in real life so brauchst du manchmal echt nur bei hamburg gucken ob die busse pünktlich sind da siehst du sofort hat verspätung hat verspätung hat verspätung weil halt berufsverkehr ne in augen sie ist es nicht so krass aber ich denke mal dort in real life ist es schon ein bisschen härter so nuffa ob 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 wenn ich den ganzen tag hier rumstehen ach komm war schon wieder so weit dass es rot war ja moin so so guten morgen einmal groß groß bereich 33 tageskarte 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 es ist nicht groß ne gesamtbereich oder und wie komme ich jetzt nach banke heidel meckere mich nicht voll du alte bitteschön meine güte tsch meckert die einfach hier rum ey bleibt doch mal geschillig so jetzt müssen wir erstmal ganz links rüber so m m m m m m Behnstraße. Das sieht mir auch irgendwie so, ey, gerade beim Herbstanfang aus, Alter. Was ist da los? Was ist da los? Ja, die Behnstraße, da hat sich ja auch einiges getan und zwar gibt es jetzt gegenüber der Haltestelle, also wenn du Richtung Alto nachfährst, gab es ja die Haltestelle Behnstraße ja nicht. Die ist ja jetzt mit ebenfalls neu hinzugekommen. Da drüben sehen wir ja den Kollegen, können wir uns das mal ganz kurz anschauen. Ja, also diese Haltestelle hier, die ist neu dazugekommen beim Chrono-Event, ja. Denn in der Gegenrichtung, wenn du Richtung Alto nachfährst, gab es ja in der Standard-Fist und der Karte die Haltestelle nicht und die wurde dann halt dort neu platziert. Nächte Haltestelle, Fischmarkt. Fischmarkt, genau. Aber das ist auch irgendwie kein Winterfeeling hier, ich weiß auch nicht. Weil eigentlich, war das nicht in Omsi so, dass die Bäume keine Blätter mehr hatten? Oder bin ich total auf dem falschen Fuß? Ich weiß es nicht mehr. Das sieht mir überhaupt nicht nach Winter aus. Guckt euch das an hier, ne? Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, bitte. Guten Morgen. Können denn die Kinderwurschein? Natürlich. Natürlich. Ich muss erst mal gucken. Ich bin Anfänger. Kind. Drogen. Oha, was hast du da alles für Münzen hier? Mein lieber Schali. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Einmal kurzstrecke. Einmal eine Kurzstrecke? Reise. Ach ja, hier, Grottstrecke. Alter. 1,70. Danke. Bitteschön. Guten Tag. Eine Grottstrecke. Eine Grottstrecke. Boah, die klingt aber total begeistert hier. Nachschuldigung. Bitteschön. Oh, einer hat zu viel. So. Weiter geht's. Das tun wir schon. Aber wobei, wir brauchen eh nicht die Spur wechseln. Öh, öh. So. Ja, die tolle Ampel. Da werdet ihr auch gleich was Schönes sehen. Ich weiß nicht, ob es die Ampel war. Das ist, glaube ich, der Bereich, wo man eh selten lang fährt. Da hat man einfach die Ampel, ja, sympathisch erstellt. Man wird's gleich an der Schaltung sehen, falls es die Ampel ist. Ich hoffe es. Genau. Das ist die Ampel. Ja. Ähm. Ja. Da man ja eigentlich hier eh nie lang fährt, ne. Äh. Ja. Wurde das Problem anscheinend nie gelöst. Und, ähm, ja. Das ist halt, ja. Sieht halt komisch aus. Diese Schaltung. Ist aber nicht die einzige Ampel hier auf Hamburg, die so schaltet, ne. So, nächster Halt. Hafentreppe. Hier funktioniert die Ansage nicht. Aber das ist kein Problem, ne. Vielleicht fehlt auch allgemein nur die Ansage. Ich weiß es gerade selbst nicht. Hallo. Wenn ihr euch diesen Bereich hier anschaut, ne. Zum Beispiel. Ne. Hat sich auch was getan. So. Ja. Das ist übrigens eine richtig geile Steigung, muss ich sagen. Ähm. Ja. Scheint real zu sein. Ich weiß es nicht. Aber so wurde es ja von... So wurde es ja halt gebaut, ne. Ich sag mal so, es wird lustig, wenn hier Schnee liegt, ne. Also mit Schnee hast du keine Chance wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich hab's noch nicht ausprobiert, hier mit Schnee hochzukommen. Aber ich glaub, da könnte man vielleicht Probleme haben. Aber nur vielleicht. So. Nächster Halt. St. Pauli Hafenstraße. Hier schön. Linie 2. Weiter geht's. Ja, es ist ein bisschen öde, dass der Spiegel... Dass der Spiegel oben links eingefroren ist. Ich mag das nicht. Oh, das hat man ja leider überall, ja. Oh, das hat man ja leider überall, ja. Ganztagskarte 87, 8, 9, 10. Bitteschön. Ah, wird grad grün. Ah, guck mal. Ne U-Bahn. Ihr Moin. Oh, schöne U-Bahn. Oh, schön. Die nächste Haltestelle ist ein Wahnbaumwald. Übergang zu einer U-Bahnlinie in 3. Oh, okay. Oh, bueno. Uh, yeah. Oh. Oh, man. Oh, shit. Oh, shit. Wow, shit. Oh. Oh, shit. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Radfahrer, na super. Die haben mir auch noch gerade gefehlt, ey. Na, fährst du schön über Rot, du blöde Truller. Ah, nee, doch nicht. Manchmal weiß man ja lieber Radfahren, ne? Moin. Ja, ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr so diese neue Metrobus-Linie findet. Ich würde mich mal sehr interessieren. Und ja, wie gesagt, das ist wirklich eine reale Linie, die auch einen realen Linienweg hat Richtung Hauptbahnhof. Ändert halt, aber auch, wie gesagt, leider am Hauptbahnhof, da es quasi kartentechnisch nicht weitergeht. Das ist halt genau wie bei Berlin nicht sehen. Ja, schön, dass du, keine Ahnung, potzt am Hauptbahnhof und am Ende kommst du nur an Waldschenkel an, weil die Karte halt dementsprechend nicht weitergeht. Ja, hallo, guten Tag. Morgen. Morgen, morgen. Na, auch drei Minuten Verspätung. Ja, das geht eigentlich. Ich sag mal so, es kann richtig schlechter laufen mit Verspätung, ne? Also, äh, von daher geht es eigentlich. Das kommt halt, wie gesagt, aufs Verkehrsaufkommen auch dran an. Es kommt halt drauf an, wie das Verkehrsaufkommen ist, ne? Ob man ordentlich Stau hat oder ob man viele rote Ampeln hat. Oder ich könnte einfach mal so schnell Verspätungen auftreten. Letztes Beispiel, London. Du stehst vor einer Baustellenampel, schwupps, hast du mal vier Minuten Verspätung. Ja. Ist auch in der Realife genauso. Moin. Einmal Großbereich. Ja, einmal Großbereich. Oh, habe ich 10 Cent Stück zu wenig gegeben? Pardon. Also, in den Ticketpreisen muss ich mich nochmal wieder dran echt gewöhnen hier, ey. Ich vergiss das immer wieder. Aber wie gesagt, ich nutze auf allen Karten immer nur ein Ticketpack. Ja, und da sind halt meine Preise drin. Und, also die, wenn sie die Preise einfach merken. Na gut, Hamburg geht der leider nicht, weil Hamburg ist ja wieder extra. Aber naja. So. Morgen. Oh, Mirko. Pardon. Guten Morgen. Jetzt müssen wir mal ganz links rum. Ziemlich Richtung Brands Vite. Oh, 31 Fahrer. Das geht ja. Na gut, das ist 9.15 Uhr. Die meisten, die zur Arbeit waren, sind schon auf Arbeit. Ja. 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 Wollt ihr mit? Oder wollt ihr nicht? Ah, doch, die wollen mit. Das sehe ich, die kommen zurück. Die kommen zurück marschiert. Moin. Moin. Nichts, der Halterstelle, Brands Vite. Ja, wie man merkt, habe ich wieder die Standardhafen-City-Karte drin. Ähm, ich habe die andere Version mit Baustellen und hast nicht gesehen, wieder rausgenommen, weil... Ähm, an einigen Stellen war es schon sehr nervig gewesen mit Baustellen. Und dann Richtung Hauptbahnhof, die eine Baustelle da, wo noch ein Müllsack liegt, sieht zwar ganz nett aus, aber... Wenn ich dann gegen krache, dann ist es halt nicht mehr so schön. Ja. Und ich merke da auch einen leichten Performance-Unterschied, dass es... ... mit der jetzigen Wissung besser läuft. Moin. Moin. So, weiter geht's. Geradeaus. Und dann müssen wir gleich auf die Bus-Spur. Vor uns müsste die 6 sein, ne? Ah, ne, die 4. Okay. Nach Eidelstedt, Wildacker. Ja, moin. Ach, ein toller Name, ne? Wildacker. Lass uns an Wildacker. Ah, lass es. Lass uns da hin. Also mal, Kollege, du hättest dich auch ein bisschen besser hinstellen können, oder? Naja. Boah, ist das dein Ernst? Bist du zu doof zum Bus fahren? Sag auch mal, Kollege. Boah, hast du deinen Führerschein gemacht? Hast du bei allen die gewonnen, oder was? Zum 15-Jährigen, oder wie? Meine Güte. So ein Vollidiot, ey. Oh, die Politesse. Ach, Wortschrankante. Immer nicht schön. Nicht schön für der Reifen. Ah, servus. Linie 2, Gegenkurs. Nicht schon mal noch Wald, oder? Hallo. 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 Ach, irgendwie tut mir heute die Nase weh. Das ist echt... Das ist echt nervig, auch irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Schon heute bei irgendwannem Aufstehen? Ich weiß auch nicht. Ich bin schon heute Morgen aufgestanden. Die Nase tat weh, aber nur auf der linken Seite. Als ob mir jemand auf die Nase geboxt hätte. So tut die weh. Das ist irgendwie komisch. Naja. Ich weiß auch nicht, warum. So, ich hoffe mal, dass da drüben noch nachgeladen wird, liebes... äh, liebes Omzi, weil sonst bist du mir heute sehr unsympathisch, mein Freund. Weil wir haben ja eigentlich zwei Kacheln angestellt. Das dürfte eigentlich keine Probleme sein. Ob Omzi mir gerade ein bisschen Angst macht. Wir schauen mal nach. Ach, Gott sei Dank. Weil ich hab hier noch die Einstellung von Knolly drinne. Zwei Kacheln am Laden. Man sieht, das läuft immer noch sehr gut. Wenn man das sieht, das ist ein Ende. Hat man immer Angst, dass es wirklich das Ende ist. Weil Omzi trau ich alles zu. Ja, hier steigen natürlich jetzt Haufen Personen ein. Kurz vor der Hinterhaltestelle. Aber, wie wisst ihr, Berliner Tor. Morgen. Moin. Weil ich mir frage, halten wir hier wirklich an, weil das Navi sagt das ja. Aber ich denke immer schon. Mit der Haltestelle, Hauptbahnhofstau. Übergang zu allen Ur- und X-Bahnlinien, den Regionalverkehrslinien, den Fernbahnen und den Fernbuslinien. Liefelfahrt endet dort. Mit der Haltestelle aussteigen. Genau. Nichts, stopp, Hauptbahnhof, stopp. Please change here for Central Station and Long Distance buses. Mid-Bus terminates here. Ah, was ist das denn für Repaint? Das habe ich ja überhaupt noch nicht entdeckt. Ja, moin. Feuerwehr. Ach, schön. T2. Wer steckt noch in dir? Hat auch Anfahrprobleme. Ja, zu spät, weil, bis in Stau. Kenne ich hier gar nicht das Repaint. Wow, er hat das Gasbettel gefunden. Geil. Es gibt doch noch Hoffnung. So. Elf Fahrgäste sind noch drin. Das ist doch mal schön. Ja, und jetzt geht es quasi zum Überliegeplatz Adenauer. Aber wir werden die jetzt hier mal rausschmeißen. Umlauf. Und zwar... Der hat schon automatisch geschildert, ne? Ja. Muss ich mich selber korrigieren. Schnellbus-Linie geht auch nach Schenefeld-Achtern-Dieg. Am Anfang habe ich ja gesagt, ja, die Metro-Bus-Linie geht ja von Bahnhof Altona nach U&S-Bahnhof Berliner Tor. Da habt ihr das richtige Ziel. Schenefeld-Achtern-Dieg. Ja. Ähm. Da bitte ich um Entschuldigung. Och, Mann, ey. Ich bin echt so lost manchmal. Aber gut. Ähm. Passiert. So. Ähm. Ähm. Ansage lautstark in 1. Manuelle Zielangabe ist die 0. So. Ihr sollt hier raus. Der Bus edit hier aufgrund eines Fahrzeugschadens. Deswegen fahr'n wir nicht weiter. Jetzt fahr'n wir zu Überliegeplatz. So. Ich dachte, er hat's wieder geschildert. Ähm. Ich könnte jetzt wetten, dass es einige in den Kommentaren geschrieben haben. Äh. Nein. Das stimmt nicht. Der startet in Schenefeld. Ja. Könnt ich wetten, dass er sich das nicht bis zum Ende anguckt und gleich schreibt. Nein. Der startet woanders. Nicht in Bahnhof Altona. Sondern in Schenefeld. Ja, ist gut. Das war mein Fehler. Habe ich selber mitgekriegt. So. drin hier. Ja. So. Hier steht auch der Kollege. Oh, Alter. Du machst dich ja auch fett, ey. Das ist ja unglaublich, ne? Weil da steh' ich mich neben den anderen hin. Junge, ey. Hätt's ein bisschen weiter nach vorne fahren können, ey. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja, das ist ein Manfred, Alter. Pfff. Junge, nee. Man fährt bis vorne ran. So gut wie möglich, aber nicht so wie ich hier gerade. Das ist hier enge. Weil der sich so enge machen muss, ne? Oh, Alter. Das ist aber sau eng hier. Na. Wir sind angekommen. Ach du Keine. Na gut, meine Fahrkünste sind auch nicht gerade die besten. Hätten wir uns auch hier hinstellen können. Na ja. Eigentlich hätten wir hier reingekonnt, aber... Der Kollege meinte, ach nee, ich will hier keinen harm. Aber na ja. Ja. Dann hätten wir quasi noch ein bisschen Aufenthalt. Beziehungsweise in zwei Minuten und um 9 Uhr 27. Also quasi jetzt. Da wird's schon etwas. Sollte zu spät waren. Müsste wir quasi dann wieder zurück. Wo es dann nach Schönefeld, Schönefeld-Achtern-Dick geht, ne? Natürlich nur bis mal auf Altona, ne? Weil Schönefeld-Achtern-Dick gibt es ja leider nicht in Hamburg, Hafen-City. Ja. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall eine sehr schöne Metrobus-Linie. Ich freue mich schon richtig drauf. Wenn das Ganze final erscheinen wird. Beim nächsten Mal zeige ich euch eine weitere Linie. die dabei sein wird. Also in ein paar Tagen. Und ich bedanke mich auch nochmal bei Knolly, dass ich das Ganze euch heute schon zeigen darf. Als kleinen Vorgeschmack. Und ich persönlich finde die Linie... Ich persönlich finde die Linie ganz gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch mal ein bisschen Abwechslung, ne? Und ja, wie gesagt, das zur Metrobus-Linie 2 von Schönefeld-Achtern-Dick nach U- und S-Bahnhof Berliner Tor. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Train-Arm-City-Wien. Tschüss. Tschüss. Tschüss.